Was habt ihr im Kopf, wenn ihr an Krieg denkt? Bilder von Soldaten? Bewaffelte Männer? Panzerfahrer? Generäle in Uniform? Oder wenn wir weiter zurückschauen? Männer auf Pferden? Ritter und Legionäre? Solche Bilder haben sich sicher bei vielen eingebrannt. Aber sie greifen zu kurz. Das sieht man zum Beispiel auch aktuell im Krieg in der Ukraine. Ein Großteil der Soldaten dort sind zwar Männer, aber laut ukrainischen Angaben sind allein seit Kriegsbeginn tausende Frauen den Streitkräften beigetreten. Insgesamt gehören mehr als 50.000 Frauen dem ukrainischen Militär an. An der Front, im Sanitärdienst oder in der Militärverwaltung. Und auch außerhalb des Militärs helfen sie. Bauen Molotow-Cocktails, nähen Soldatenkleidung und so weiter. Krieg ist weiblicher, als viele häufig denken. Man kann sogar sagen, Kriege ohne Frauen würden gar nicht funktionieren. Warum das so ist und welche verschiedenen Rollen im Krieg Frauen durch die Geschichte gespielt haben, ob zum Beispiel mit Heugabeln in der Französischen Revolution, Florence Nightingale in der Zerretten des Krimkriegs oder als Stalins Scharfschützin. Das schauen wir uns jetzt an. Vorweg, wir können in diesem Video natürlich nicht alle Aspekte dieser komplexen Geschichte beleuchten. Das ist ganz klar. Allein das Thema Frauen im Zweiten Weltkrieg könnte ganze Bibliotheken füllen. Darum haben wir wie immer einige besonders prägnante Beispiele herausgegriffen. Starten wir mit der Antike und den hier in Europa wohl bekanntesten Kriegerinnen der Geschichte. Den Amazonen. Eine Amazone ist für viele der Inbegriff einer Kämpferin und hat längst Einzug in die Popkultur gefunden. Wonder Woman zum Beispiel ist eine Amazonenprinzessin. Nach den Erzählungen antiker Autoren sind Amazonen ein weibliches Kriegervolk. Die Männergleichen, wie Homer sie nennt, seien blutrünstig, bräuchten Männer nur zur Fortpflanzung und sollen sich sogar eine Brust abschneiden, um besser mit dem Bogen schießen zu können. Daher wahrscheinlich auch ihr Name. Amazos, was so viel wie brustlos bedeutet. So wie die Amazonen in den Mythen und Sagen beschrieben werden, gab es sie sehr wahrscheinlich nicht. Aber es zeigt, wie sehr das Thema weiblicher Kriegerinnen schon damals fasziniert. Frauen sind in antiken Gesellschaften den Männern in der Regel untergeordnet. So auch wie in vielen Gesellschaften danach noch. Auch Krieg zu führen und Waffen zu tragen, ist in der Regel den Männern vorbehalten. Was nicht heißen soll, dass Männer immer kämpfen wollen. Häufig haben sie keine andere Wahl und werden eingezogen. Das müssen wir an dieser Stelle auch mal sagen. Archäologische Funde um das Schwarze Meer bis zur Mongolei weisen darauf hin, dass Frauen in der Frühgeschichte durchaus in Kriegen gekämpft haben. Zum Beispiel bei den Skiten. Das sind Reiternomaden, die ab dem 8. und 7. Jahrhundert vor Christus gelebt haben. In ihren Gräbern fanden Archäologen neben den Skeletten einiger Frauen verschiedene Kampfgeräte. Also Pfeile, Bogen oder Speere. Und die Skelette weisen Kriegsverletzungen auf. Ein ziemlich eindeutiges Zeichen, dass auch Frauen gekämpft haben und dafür sogar geehrt wurden. Diese skitischen Kriegerinnen bilden wahrscheinlich die Grundlage für die mythischen Amazonen. Griechische Autoren wie Homer haben von ihnen gehört und die Frauen zu wilden Barbarinnen ausgeschmückt. Denn kämpfende Frauen stellen in vielen Gesellschaften die etablierten Geschlechterrollen in Frage. Das Beispiel muss also möglichst abschreckend sein. Wenn Frauen nicht kämpfen dürfen, aber wollen oder vielleicht sogar müssen, aus welchen Gründen auch immer, welche Möglichkeiten hatten sie? Ihr kennt vielleicht den Disney-Film Mulan. Mulan ist ein chinesisches Mädchen, das sich als Mann verkleidet, um an der Stelle ihres Vaters in den Krieg zu ziehen. Diese Handlung hat Disney nicht selbst erfunden. Der Film basiert tatsächlich auf einer alten chinesischen Ballade über die Kriegerheldin Hua Mulan, die ungefähr um das Jahr 500 gelebt haben soll. Mulan ist ein Beispiel für Cross-Dressing. Das gab es schon früher. Damit bezeichnet man zum Beispiel Frauen, die sich Kleidung anziehen, die eigentlich Männer tragen. Denn Rüstungen, Kriegsuniformen, ja sogar Hosen sind lange ein Symbol für Männlichkeit und auch männliche Privilegien irgendwie. Jetzt muss man sagen, Mulans Geschichte ist wohl eine reine Legende. Historische Vorbilder für Cross-Dressing gibt es aber durchaus. Ein berühmtes Beispiel ist Jeanne d'Arc oder auch die Jungfrau von Orléans. Jeanne d'Arc führt die französische Armee Anfang des 15. Jahrhunderts zu einigen Siegen gegen den Erzfeind England. Dafür schneidet sie sich die Haare kurz und zieht Männerkleidung an. Zu Jeanne d'Arc haben wir auch schon mal ein Video gemacht, das findet ihr wie immer oben auf dem i verlinkt. Jeannes Verhalten ist eigentlich ein Verstoß gegen die göttliche Ordnung zwischen Mann und Frau, nach damaliger Sichtweise. Trotzdem wird sie in Frankreich zur Nationalheldin. Jeanne d'Arc gilt bis heute als ein Vorbild für Frauen, sich gegen gängige Geschlechterrollen zu wehren. Aber für einen Großteil der Frauen damals ist das weit weg von ihrer Lebensrealität. Denn Jeanne d'Arc oder auch die antiken Kriegerinnen der Skitten sind, das muss man schon so sagen, die große Ausnahme. Die Hauptrolle, die Frauen im Krieg lange Zeit spielen oder spielen mussten, ist nicht die der Kriegerin, sondern der Versorgerin. Entweder in der Heimat, während die Männer in der Ferne kämpfen, oder auch als Teil der Armee. Denn militärische Operationen brauchen nicht nur Kämpfende, sondern eine ganze Menge Menschen im Hintergrund, die unterstützen und versorgen. Und das seit der Antike. Diesen nicht kämpfenden Teil der Armee nennt man lange Zeit Tross. Der Tross wird seltener in großen Gemälden verklärt oder in Balladen besungen, ist für den Verlauf eines Krieges aber genauso entscheidend. Vor allem in der frühen Neuzeit, also vom 15. bis zum 19. Jahrhundert hat der Tross eine große Bedeutung. Das zeigt sich vor allem im 30-jährigen Krieg. Dort ist der Tross nicht selten doppelt so groß wie die eigentliche Armee. Und Frauen sind ein fester Bestandteil. Es gibt kaum eine Tätigkeit, die dort nicht auch von Frauen übernommen wird. Sie kümmern sich um die Logistik der mitgeführten Waren oder des Hausstandes. Sie tragen Kessel, Pfannen, Taschen und Tiere mit sich. Einige verdingen sich auch als Prostituierte. Frauen wie Männer schließen sich meist aus pragmatischen Gründen dem Tross an. Wenn zum Beispiel eine Armee das eigene Dorf niedergebrannt hat, dann ist oft der einzige Ausweg, sich dem durchziehenden Heer anzuschließen. Nur so können sie wirtschaftlich überleben oder auch ihre Kinder versorgen. Die Arbeit im Tross war natürlich auch gefährlich, denn selbst ohne offiziell Teil des Militärs zu sein und zu kämpfen, war man irgendwie mittendrin. Waffen getragen haben Frauen als Aufständische, zum Beispiel während der Französischen Revolution. Beim Brotmarsch der Pariser Marktfrauen marschieren am 5. Oktober 1789 mehr als 7000 Frauen mit Heugabeln bewaffnet nach Versailles und zwingen König Ludwig XVI den Brotpreis zu senken. Und die Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte anzuerkennen, was nicht nur die Rechte der Frauen stärkt. Auch deutsche Frauen setzen sich im 19. Jahrhundert für ihre Rechte und mehr Freiheit ein. Elise Blenker zum Beispiel, die in Männerkleidern kämpft. Sie wird auch bewaffnete Amazone genannt. Amazone, das gilt damals als ein Schimpfwort für Frauen, die ihrem Wesen angeblich widersprechen würden. Im Laufe des 19. Jahrhunderts etablieren sich stehende Heere. Feste Kämpfer, die immer einsatzbereit sind und nicht für jeden Krieg neu angeworben werden müssen. Die Wehrpflicht wird eingeführt. Und mitziehende Frauen werden nicht mehr benötigt. Es gibt jetzt Versorgungstrupps und Großküchen, in denen Männer arbeiten. Aber Frauen bleiben im Kriegskontext trotzdem wichtig. Und sie kehren im großen Stil als Freiwillige und später als professionelle Pflegerinnen in den Militärapparat zurück. Berühmt wird zum Beispiel die Britin Florence Nightingale während des Krimkriegs. England unterstützt Mitte des 19. Jahrhunderts das Osmanische Reich gegen Russland. In den Lazaretten stirbt ein Verwundeter nach dem anderen. Nicht nur an den Verletzungen, vor allem auch wegen der verheerenden hygienischen Zustände. Florence Nightingale trommelt eine Gruppe von Pflegerinnen zusammen, die verwundete britische Soldaten im Militärkrankenhaus in der heutigen Türkei versorgt. Die britische Armee hat schlicht zu wenig Material und Personal zur Verfügung und braucht die Hilfe der Frauen und auch ihre Ideen und Einsatzbereitschaft. Mehr zur Geschichte der unerschrocknen Nightingale findet ihr übrigens in unserem Post auf unserem Instagram-Account. Schaut gerne mal rein, haben wir euch unten in der Infobox verlinkt. 1914 beginnt dann der Erste Weltkrieg und stellt die Dinge in eigentlich allen Bereichen auf den Kopf. Politisch wie gesellschaftlich. Weil die Männer an die Front müssen, dürfen und müssen Frauen plötzlich in Berufen arbeiten, die ihnen vorher verwehrt geblieben sind. Sie fahren Straßenbahnen, putzen Schornsteine, stehen in den Waffenfabriken am Fließband. Sie übernehmen bald alle möglichen Arbeiten, um das gesellschaftliche Leben und die Kriegsmaschinerie am Laufen zu halten. Sie bekommen oft weniger Geld als die Männer vorher und müssen außerdem noch Kinder und Haushalt versorgen. Nebenbei, in Anführungszeichen. Ein Umdenken in den Geschlechterrollen gibt es trotzdem nicht. Im Gegenteil. Mit dem neuen Reichswahlgesetz von 1918 haben Frauen in der Beimarer Republik zwar das Recht zu wählen, aber im Alltag ändert sich wenig. Und auch im Zweiten Weltkrieg wirken Frauen vielfältig mit. Wieder in der Kriegsindustrie und in Berufen, die vorher Männer ausgeführt haben. Aber sie arbeiten jetzt auch öfter als Programmiererinnen. Erste elektronischer Universalrechenmaschinen. Zum Beispiel für die US Army. Wenn auch anfangs nicht in führenden Positionen, sondern eher untergeordnet. Oder als Kryptografinnen im Bletchley Park in England. 8.000 bis 10.000 Frauen helfen dort, Funksprüche der deutschen Wehrmacht zu entschlüsseln und den Alliierten einen entscheidenden Vorteil zu verschaffen. Vielleicht habt ihr ja den Film The Imitation Game gesehen. Da geht es genau darum. Frauen sind auch im Widerstand gegen Nazi-Deutschland aktiv. Ein berühmtes Beispiel dafür ist Anne Beaumanoir, die in der französischen Resistance Juden rettet. Und Frauen kämpfen im Feld. Zumindest bei der Sowjetunion. Etwa 800.000 Soldatinnen dienen im Zweiten Weltkrieg in der Roten Armee. Teilweise als Zwangsrekrutierte, aber auch als Freiwillige. So wie die Scharfschützin Ludmilla Mikhailnova Pavlichenko. Stalins Sniperlady titelt ein Blatt reißerisch. Sie soll hunderte Wehrmachtssoldaten getötet haben. Nationalsozialisten zu töten. Das sei für sie ein Beitrag zum Feminismus, sagt sie. Auch in Deutschland sind Frauen mehr im Kriegsgeschehen involviert, als manche vielleicht denken. Vor allem viele junge, ledige Frauen melden sich freiwillig und übernehmen Aufgaben, um Männer für den Fronteinsatz freizumachen. Zum Beispiel in der Nachrichtenübermittlung. Später auch als Flak-Helferinnen. Etwa 500.000 Frauen tragen Beermachtsuniformen. Auch im Sanitätsdienst kommen Frauen natürlich zum Einsatz. Rund 400.000 dienen als Krankenschwestern beim Deutschen Roten Kreuz. Manche werden dabei auch zu Täterinnen. In den Krankenstationen, der Konzentrationslager zum Beispiel. Ihr merkt, Frauen im Zweiten Weltkrieg, das ist auch nochmal ein riesiges Thema. Falls ihr mehr dazu wissen wollt, auf dem i oben verlinken wir euch dazu eine Doku vom ZDF. Sehr spannend, schaut da gerne mal rein. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs gehören Frauen an der Waffe in manchen Ländern mehr und mehr zur Normalität. In der israelischen Armee zum Beispiel sind Frauen seit 1949 verpflichtet, Wehrdienst zu leisten. In Deutschland gibt es heute zumindest auf dem Papier keinen Unterschied mehr zwischen Männern und Frauen. Beide Geschlechter können in Deutschland freiwillig Wehrdienst leisten und der Bundeswehr als Berufssoldatinnen und Berufssoldaten beitreten. Was hier aber nicht vergessen werden sollte, Frauen werden im Laufe der Geschichte in nahezu jedem Krieg Opfer von Gewalt und Kriegsverbrechen. Schon in der Antike werden Frauen geraubt, misshandelt und als Kriegstrophäen angesehen. In den folgenden Jahrhunderten gehören der Missbrauch und die Verschleppung von Frauen weiter zum Krieg. Auch im Ukraine-Krieg ist das wieder bittere Realität. Da wird so schon mal auf meinem Kanal MrWissen2Go ein Video gemacht, findet ihr oben auf dem i. Und vorweg, es geht in dem Video um krasse Gewalt. Falls ihr damit Schwierigkeiten habt, schaut euch das Video bitte nicht an. Und falls ihr in der Sache Hilfe braucht, in der Infobox findet ihr mehrere Hilfsangebote. Ihr seht, die Geschichte von Frauen im Militär und im Krieg ist vielschichtig. Trotzdem wird Krieg und das Tragen von Waffen in unserer Gesellschaft oft als etwas Männliches angesehen. Die Frau wird meist mit dem stereotypischen Bild, mit der stereotypischen Rolle der friedlichen, zu Hause wartenden Mutter versehen. Dadurch werden wir oft blind für die vielen Rollen, die Frauen in der Gesellschaft und ganz speziell auch in militärischen Konflikten übernehmen. Dazu wollten wir euch in diesem Video einen kleinen Einblick geben. Und wenn ihr euch noch weiter interessiert für alles rund um dieses Thema, dann findet ihr jetzt das Video, von dem ich gerade gesprochen habe, hier neben mir. Und außerdem noch ein Beitrag von Terra X, da geht es um die Geschichte der deutschen Soldaten. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Danke euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.